Servus, grüß dich und hallo zur sechsten Episode von Talk on Demand. Ich bin der Sigi und das ist der Tobi. Servus. Heute geht es mal wieder um allgemeine Themen. Wie schon einmal erwähnt, der Jänner ist halt ein bisschen langweilig. Zuallererst, Tobias, was hast du im Wochenende getan? Du hast gesagt, du warst Snow worden, oder? Genau, ich war wieder mal im Schnee-Chaos dieses Wochenende in der Steiermark. Halb eingeschneit worden. Nein, so schlimm war es gar nicht bei uns zum Glück. Wir haben schon ein bisschen Angst gehabt vorher, was da abgehen wird, nach den ganzen Nachrichten und Fernsehberichten. Aber es war dann eigentlich wirklich ein Wahnsinn. Super guter Schnee, schön tief Schnee gefahren, nur im Wald natürlich, weil oberhalb der Baumgrenze super Lawinengefahr etc. Aber wir waren brav, es ist nichts passiert, es war ein super Wochenende. Und das ist herrlich, muss ich sagen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich hoffe, es ist bald. Habt ihr da in einer Hütte geschlafen oder im Hotel? In einer Hütte, also es ist quasi ein Ferienhaus von meinen Großeltern in der Steiermark, wo wir zum Glück jetzt wohnen können günstig. Und dort genießen wir die Zeit und haben einen Spaß. Also sehr ruhiges, schönes Wochenende, sporteln untertags, viel Schnee schaufeln und hoffen, dass man nicht im Schnee stecken bleibt. Aber wie gesagt, es war dann halb so wild. Ich glaube, weiter im Westen ist es noch viel schlimmer zugegangen. Und bei uns war es schön. Und natürlich wieder ist das Business wieder vernachlässigt. Naja, am Wochenende. Ja, vernachlässigt, was soll man sagen. Aber ja, es ist auch wichtig. Einmal abschalten können und Spaß haben und schauen, dass man auch das Leben genießt und nicht nur ans Business denkt, finde ich zumindest. Ja, das stimmt. Bei mir ist jetzt auch die letzte... Das wird nicht gearbeitet vermutlich. Nein, es geht. Also die letzten Tage, muss ich ehrlich sagen, werde ich schon ein bisschen fauler. Das hat aber auch was mit den Verkäufen zu tun. Es ist einfach der Anspornfeld momentan total. Aber ich merke auch, dass es mir gut tut, dass ich mal weniger mache. Das glaube ich gern. Vielleicht kann ich dann einfach wieder besser durchstarten. Wenn ich es mal schaffen würde, auch ein Wochenende gar nichts zu machen, nicht nachzuschauen, wie viele Verkäufe oder keine Verkäufe es sind, würde es mir wahrscheinlich besser gehen. Aber das ist das Leiden, das man hat in dem Business. Ja, aber sonst einmal komplett abschalten schadet sicher nichts. Aber ich muss sagen, die Verkäufe werden bei mir wieder besser. Zumindest in der letzten Woche. Das war nicht so wie jetzt noch Anfang Jänner, wo so gut wie gar nichts reingekommen ist. Jetzt ist es einfach so, dass ich wieder halbwegs zufrieden bin für ein normales Monat. Und ich hoffe, das wird sich jetzt noch steigern. Okay, das ist natürlich gut. Also bei Merch zumindest habe ich jetzt wieder deutlich mehr verkauft, als er hat Anfang Jänner. Und das macht dann schon natürlich Spaß. Ja, bei mir hält es sich... Bei weitem nicht so viel wie Weihnachten, aber eh klar, das erwarte ich ja auch nicht. Bei mir hält es sich in Grenzen. Ich würde sagen, ja, bei Merch sicher geht was, aber dazu kommen halt noch die Returns. Aber über die sprechen wir später dann noch. Die trüben halt das Ganze noch. Ja, ich würde mal sagen, wir müssen uns kurz mal entschuldigen für die Tonqualität der letzten Folge. Da hatten wir ein Problem mit unserem Aufnahmeprogramm. Also wir sprechen, also wir reden miteinander über Discord. Das ist so eine Art, das wird, glaube ich, beim Gaming wird das verwendet. Das ist so wie TeamSpeak oder so, wenn das jemand kennt. Und da kann man so Bots verwenden, die dann eben das Gespräch aufnehmen. Und die Server dürften da das letzte Mal ein paar Probleme haben. Wir haben lange gebraucht, bis wir es geschafft haben, dass wir überhaupt eine Aufnahme zusammenbringen. Und ja, und jetzt sind wir halt drauf gekommen, dass es teilweise die Tonspur von uns beiden verzogen ist. Also nicht verzogen, sondern dass sie halt nicht passt. Und Tobias mir da manchmal dreinredet oder schon über einen Witz kommentiert, den ich noch gar nicht so fertig erzählt habe. Ja, noch mehr als sonst habe ich dich unterbrochen. Also was ich ohnehin schon mache. Und jetzt habe ich dich schon unterbrochen, bevor du überhaupt noch ansatzweise fertig warst. Aber ja, so lernt man dazu. Was mich geärgert hat, war ja, dass wir extra dann als Alternative uns ein kostenpflichtiges Tool besorgt haben, damit wir das trotzdem aufnehmen können. Und im Endeffekt war die Aufnahme von diesem kostenpflichtigen Tool dann schlechter als das, so wie wir es sonst gemacht haben. Und man hat es auch nicht im Nachhinein noch anpassen oder ändern können. Ich habe da noch mit dem Support geschrieben, aber keine Chance. Und ich hoffe mal, es war nicht so schlimm. Ich glaube, was ich so als Feedback bekommen habe, hat man es eh nicht so stark gemerkt. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir stellen es trotzdem online und jetzt nicht noch einmal alles aufnehmen. Und ja, ich glaube, jetzt wird es hoffentlich wieder besser. Und in Zukunft passt es dann einfach, dass unsere Tonspuren korrekt sind und ich dich nur noch so oft unterbreche, wie ich es wirklich tue. Nein, es ist schon mal gut, wenn man zumindest irgendwie ein Backup hat. Aber ganz ehrlich, ein zweites Mal eine Folge aufnehmen, nein, sicher nicht. Ja, wenn es komplett kaputt ist, die Aufnahme, dann muss man sich das eh überlegen. Aber dann laden wir keine hoch. Nein, dann kommt halt darauf an, was das Thema war. Wenn es uns wert ist, nochmal das aufzunehmen, dann schon. Aber natürlich jetzt wegen ein paar Sekunden Zeitversetzung alles nochmal aufnehmen. Ja. Nein, das machen wir nicht. Jetzt wird es besser. Ja, das nächste Thema. Wir haben nächsten Freitag am 25.01. haben wir das erste Mal ein Treffen, das wir jetzt mal schaffen. Das geht von der Gruppe Austrian Shirt Division aus. Einfach mal ein paar Österreicher zusammenbekommen, die sich treffen und einmal so ein Meetup machen, wie es ja laufend irgendwelche Leute auch von unseren deutschen Kollegen machen, dass wir das auch zusammenbringen. Wer Lust und Zeit hat, wir treffen uns in Linz. Genau, es wird noch bekannt gegeben, wo und wie. Momentan sind noch nicht so viele Zusagen. Aber es ist egal, auch wenn nur der Tobias und ich jetzt zu zweit dort sind. Ich glaube, es sind ja eh schon vier oder fünf Leute. Sind wir schon? Ja, ich denke schon, ja. Aber es ist egal, auch wenn wir nur so wenig sind. Wer kommt, der kommt. Und wer keine Zeit hat, hat keine Zeit. Das ist so, wenn man versucht, ein Treffen zu organisieren, wo 20 Leute teilnehmen wollen, dann schaffen wir das nie. Das haben wir ja in der vergangenen Hack gesehen. Das haben wir gesehen, ja. Und das nächste Mal sind es vielleicht schon mehr. Genau, das Ganze findet am 25. Jänner statt in Linz. Ich habe mich sehr gefreut. Der Roland hat das jetzt, glaube ich, organisiert. Und ich habe mir gedacht, super, da bin ich, da habe ich Zeit, bin ich auch dabei. Ich werde ja aus Wien anreisen und vielleicht beim Sigi übernachten, wenn er mir das wirklich erlaubt. Sicher. Sicherlich. Dann nehmen wir mal vielleicht einen Podcast auf um 6 Uhr in der Früh oder so. Ja, das ist ein Nachhauseweg. Betrunkener Podcast. Ja, genau. Dann verraten wir die richtigen Tipps und Tricks. Das wird lustig. Naja, mal schauen. Lieber nicht. Besser nicht, stimmt. Also du als Anti-Alkoholiker kannst mich dann aufnehmen. Du kannst meine Geheimnisse mir aus der Nase ziehen. Was heißt Anti-Alkoholiker? Nur weil ich halt nicht so gerne was trinke? Oder nicht mehr? Nicht mehr. Die Sturm und Trankzeit ist vorbei. Aber wenn ich dann einmal sauf, dann gescheit. Und dann vielleicht am Freitag. Ja, vielleicht. Schauen wir mal. Ja, also wie gesagt, wenn jemand Lust und Zeit hat, kommt es in die Austrian Shirt Division Gruppe auf Facebook und schaut es vorbei. Egal, ob ihr uns die Hand schütteln wollt oder uns eine reinhauen. Nein. Ich schreibe den Link auf jeden Fall in die Shownotes. Das wird dieses Mal sein unter talkondemand.at slash 06. Da kommen die Shownotes zu dieser Folge rein mit allen Links, worüber wir gesprochen haben. Da werde ich auch diese Facebook-Gruppe eben mit dieser österreichischen Facebook-Gruppe verlinken. Und wäre cool. Jeder, der Lust hat, schaut rein. Und wenn ihr Zeit habt, am Freitag zum Meetup zu kommen, wäre es noch besser natürlich. Ja, dann haben wir das abgehandelt. Vielleicht kommt ja noch wer. Das wäre natürlich cool. Ein paar mehr Leute treffen. Dann das nächste. Ja, Merge-Royalties sind ja gestern veröffentlicht worden am 15. für Dezember. Und natürlich am Anfang ein Schock. Es ist weniger, als mir angezeigt wurde. Was ist der Grund dafür? Weißt du das? Ja, ich habe es mittlerweile gelernt. Aber du kannst es uns sicher am besten erklären. Ja, es ist so, dass das hatten wir schon. Manchmal hat es sich um ein paar Dollar nicht gepasst. Aber da habe ich mir gedacht, ja, es wird schon irgendeinen Grund haben. Und einmal war es ein bisschen mehr. Da ist aber wirklich, glaube ich, der Grund gewesen, dass sie ein Problem hatten. Und deswegen dann später ausgezahlt haben, einen gewissen Teil. Aber diesmal ist wirklich der Grund aufgetreten, dass Amazon zahlt nur die Royalties aus für Verkäufe, die auch versendet wurden in dem besagten Monat. Das heißt, in dem Fall war es ja so, dass, glaube ich, bis 18. oder wie war das? Oder noch früher, 16. oder 17. glaube ich. Ja, genau. Wurde versendet. Und alles, was danach bestellt wurde, wird jetzt nicht in die Royalties eingerechnet. Weil es nicht mehr rechtzeitig eben, es ist nicht mehr quasi im Dezember verschickt worden. Und deswegen kriegt man es auch nicht ausbezahlt im Dezember. Genau, aber natürlich keine Angst, es wird dann im Jänner dazugerechnet. Ist ja auch nicht schlecht, dann ist, finde ich, der schlechte Jänner gleich ein bisschen aufgewertet. Stimmt, so muss man es sehen. Ja, genau so sehe ich das zum Beispiel. Aber es kann natürlich gerade, wenn man zigtausende Euro da schon drauf hat und plötzlich dann ein Drittel weniger bekommt, ist es jetzt blöd. Und für alle Leute, die viele Neujahrst-T-Shirts verkauft haben, ist es natürlich auch blöd, weil die wurden wahrscheinlich alle nicht versendet rechtzeitig. Oder die meisten zumindest, die noch kurzfristig bestellt haben, da wurde es nicht mehr versendet und ja, das ist jetzt auch nicht mehr eingerechnet worden. Von den Returns reden wir gar nicht. Da werden sicher viele T-Shirts oder allgemein halt viele Verkäufe werden wieder zurückkommen, weil es nicht rechtzeitig ausgeliefert wurde und die Leute das nicht gecheckt haben oder einfach nicht lesen wollten, dass sie das nicht mehr rechtzeitig am 31. bekommen. Die kommen ja eh schon wieder alle zurück. Ja. Also ein Kollege von uns, der hat momentan gleich viele Verkäufe wie Returns im Jänner. Ja, das ist traurig. Das ist traurig, aber ja, es ist so. Ja, für das nächste Mal weiß man es dann, dass man mit dem rechnen muss. Genau, es ist halt leider so. Ja, aber so im Großen und Ganzen kann man froh sein über die Royalties, die man bekommt. Und meine Güte, ja, dann bekomme ich es halt diesen Monat dazu. Genau, wir bekommen es diesen Monat und die Returns werden wieder abgezogen und dann bleibt schon wieder nichts mehr über. Genau, das stimmt. Nein, bei mir ist es nicht so schlimm, also Returns technisch, ich habe schon einige, aber es hält sich in Grenzen. Ja, und das habe ich mir ja auch sowieso gedacht, wo ich gesehen habe, dass da kurz vor Weihnachten noch die Shirts bestellt werden, die sich nicht mehr ausgehen mit der Lieferzeit. Weil mich wundert es nur, dass die Leute es halt dann nicht verstehen oder nicht sehen und nicht gleich stornieren und sich es trotzdem schicken lassen und dann einfach zwei Wochen später zurückschicken. Oder man weiß auch nicht, wie viele Leute sich einfach diese Neujahrsscharts oder Weihnachtsscharts anziehen einen Tag und danach wieder zurückschicken. Gibt es sicher auch genug. Da gibt es sicher genug, das auf jeden Fall. Vor allem, wenn es so Events sind, die nur einen Tag oder so, das ist ja das Problem bei den ganzen Event-Designs, dass man einfach Gefahr läuft, dass die Verkäufe immer wieder zurückkommen oder sehr viel in Returns laufen, weil die Leute einfach so frech sind und die das ausnutzen, dass sie, der Kunde ist König bei Amazon und die nutzen das vollkommen aus, dass sie da das zurückschicken können. Und ja, wenn ich ganz frech wäre, würde ich das vielleicht auch. Nein, ich wäre zu faul, dass ich das zur Post bringe, sage ich ganz ehrlich. Aber es gibt sicher genug, die saufen gehen und das verschwitzte, eingerauchte, mit Bier voll besudelte T-Shirt dann zurücksenden. Hundertprozentig. Ja, frech, aber so ist es leider. Ja, das ist die negative Seite von unserem Geschäft. Aber ja, wir müssen uns um die Returns nicht kümmern, so muss man es sehen. Das ist schon mal ein bisschen schütteln. Du musst dich selber um die Returns kümmern und kriegst dann die Packerl zurück und hast dann das verschwitzte Leiberl, das mit, was weiß ich, mit Brandflecken drinnen und Brandlöchern und was weiß ich. Und du denkst ja, okay, und jetzt muss ich ihm das Geld zurück überweisen. Naja, eben bei Merch und Spreadshirt müssen wir uns wenigstens nicht darum kümmern, beziehungsweise halt bei den anderen Print-on-Demand-Anbietern. So muss man es sehen, ja. Wir haben nichts damit zu tun. Wir kriegen halt unsere Provision nicht, verständlicherweise. Nee. Aber zahlen auch nicht drauf. Wir kriegen halt einfach keine Provision. Es schaut halt in der Statistik so aus, als würden wir jetzt drauf zahlen, weil dann plötzlich eine Minuszahl da steht. Aber diese Minuszahl haben wir ja davor gut geschrieben gekriegt. Ja, das Gute ist ja das, also soweit ich weiß, werden ja die Returns nicht in den Gesamtverkäufen ja abgezogen. Ich gehe jetzt da auf das Tier-Up ein. Das wäre noch frech, wenn die Returns... Nicht? Nein, also wenn ich bei Pretty Merch reinsehe, bei All-Time oder so, dann werden ja die All-Time-Verkäufe abgezogen, werden nur die Cancellations. Okay, das weiß ich nicht. Ist das wirklich so? Ich hätte mir schon gedacht, dass die Returns natürlich auch abgezogen werden. Nein. Die werden dann nicht abgezogen. Das wäre natürlich geil, ja. Das wäre ja irgendwie frech, wenn dann bei dir die Verkäufe abgezogen werden für Fehler, die Amazon wahrscheinlich gemacht hat. Wahrscheinlich, ja. Aber man weiß es nicht. Ja, meistens weiß man es schon, wenn man sich die Bewertungen ansieht. Aber dazu kommen wir später noch. Ja, cool, das muss ich mir anschauen, weil ich hätte gedacht, dass sie natürlich genauso wie die Cancellations auch abgezogen werden. Nein, 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 nein. Also ich wüsste jetzt nicht. Es wird mir zumindest bei Pretty Merch, wird es mir so angezeigt, dass die Returns nicht abgezogen werden. Bei Pretty Merch hat man dann in der Klammer immer daneben die Returns. Genau. An erster Stelle stehen die Gesamtverkäufe, dann die Cancellt. Ja. Und dann die Returns in Klammer und wenn du die anschaust, deine Verkäufe, dann siehst du, dass das genau die All-Time-Verkäufe minus der Cancellt sind. Okay. Naja, gut zu wissen. Ja, hast du wieder was gelernt. Ja, zu den Bewertungen kommen wir dann später nochmal. So, als nächstes, es geht um, jetzt kommen wir mal zu Shirty. Ja, die haben wir schon länger nicht mehr besprochen. Es ist ja so, dass Shirty ist der, soweit ich weiß, der einzige Anbieter, Print-on-Demand-Anbieter, der zu Weihnachten so eine Art Weihnachtsbonus ausgibt, verschenkt oder wie man das auch nennen möchte. Für die Leute, die es nicht wissen, geht es darum, dass, ich glaube, am 1. November oder so fängt das an oder Anfang November irgendwann bis Mitte Dezember, dass deine Verkäufe, die du in dieser Zeit machst, zusammengezählt werden und dann du einen Gewinn aus einer Liste bekommst, der halt vorher von Shirty festgelegt wird. Also, da ist zum Beispiel bis 50, also ab 50 Verkäufen bekommst du, was war es, ich glaube, 5 oder 10 Amazon Slots geschenkt. Bei 100 Verkäufen hat man diesmal bekommen ein Threadbasket Jahres-Abo. Bei 250 Verkäufen war es Beats-Kopfhörer. Bei 500 war es eine kleine Drohne. Eben, es sind dann wirklich ganz coole Preise, ja. Aber da muss man einiges verkaufen. Und dann, glaube ich... Wichtig ist sozusagen, man kriegt das einfach. Es ist nicht so, dass es jetzt dann ein Gewinnspiel ist und es werden ein paar verlost, sondern wenn du diese gewisse Anzahl an Sales hast, dann bekommst du diesen Preis, kann man dann nicht sagen, aber dann bekommst du diesen Bonus zugeschickt. Ja, und das finde ich einfach absolut cool. Auch wenn es bei mir diesmal bei Shirty leider nur zur Threadbasket Jahres-Mitgliedschaft gereicht hat. Ja, immerhin, besser als nichts. Immerhin, ich sage mir auch, das sind Kosten, die mir jetzt wieder für ein Jahr erspart bleiben. Ist ja ganz super. Und ja, letztes Jahr habe ich gar nichts bekommen. Da habe ich es nicht geschafft. Da hat aber auch, glaube ich, der Bonus erst bei 150 oder 250 angefangen. Also, die sind da ziemlich runtergegangen dieses Jahr. Aber, also, absolut geile Aktion. Und das, also, da kann ich wieder nur sagen, liebe Geht raus an Shirty. Also, auch wenn es organisch nicht bei euch läuft, das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Aber, das sind einfach Aktionen, für die muss man sie einfach lieben, die Leute, die Leutchen dort. Voll, das motiviert auch wieder eben mehr oder auch mit Shirty was auszuprobieren, ja. Ja, genau, auf jeden Fall. Das ist, also, wenn ich mir die Preise da anschaue, ich habe es jetzt gerade aufgemacht, da muss man schon wirklich viel verkaufen. Aber ja, dann kommen ein E-Mountainbike, ein 3D-Drucker, Reisepunkt. Das wollte ich unbedingt haben, das E-Mountainbike, ich weiß nicht wieso. 5.000 Sales. Ja, das habe ich ja, glaube ich, im Gesamten nicht mal verschreibt. Und dann geht es weiter, Monster Quad, Jetski oder ein Mercedes. Naja, aber Mercedes, 25.000 Sales. Ich meine, allein die Sales hätte ich gerne, da scheiß auf den Mercedes. Ja, ich denke mal, für Leute, die Facebook-Werbung machen, die wären da sicher ordentlich reingewirkt. Ja, es ist eine ordentliche Motivation. Und ich meine, da kannst du dann auch schon einmal mehr investieren, wenn du dann im Hinterkopf hast, dass du ja, wenn du eine gewisse Anzahl erreichst, das kannst du ja dann irgendwann ausrechnen. Dann investierst du halt noch einmal ein bisschen mehr in Werbung und dann kommt am Schluss so ein netter Bonus raus, ja. Ja, und nicht vergessen, den Gewinn muss man versteuern. Ja. Hat mir zumindest jemand in einem Steuerkurs gesagt, der Lehrer dort, wenn ich ihn gefragt habe, es war letztes Jahr, der hat gesagt, dass man den Gewinn dann, weil du den ja als Firma bekommst und Schörte den ja auch angibt beim Finanzamt, dass man den versteuern muss. Das heißt, wenn du da den Mercedes bekommst, müsstest du den versteuern. Aber ich weiß nicht, vielleicht kann man da... Nein, erinnere mich nächstes Jahr dann wieder dran. Okay, ja, nächstes Jahr dann, ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich meinen Srebbasket-Jahresbonus, ob ich den angebe oder sonst noch mal schauen, ja, vielleicht schon, keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Also, ich bin auf jeden Fall jetzt bei Schörte so wenig unterwegs, dass ich genau gar nichts gekriegt habe. Und das ärgert mich, weil eigentlich ich seit langer Zeit zu Schörte wechseln will. Aber mir dieser Partnershop einfach noch zu wenig customizable ist. Also ich würde den einfach gern mehr bearbeiten können. Habe jetzt auch wieder, habe letztes Jahr schon ein paar Mal mit Nino von Schörte geredet. Und hoffe einfach, dass sie da noch ein paar Optionen für Web-Developer oder Entwickler einbauen, damit wir mehr Möglichkeiten haben, den Shop anzupassen. Und dann bin ich sehr geneigt dazu, meine diversen Spreadshirt-Shops zu Schörte zu übersiedeln. Und ich hoffe, also allein dieser Schörte, dieser Weihnachtsbonus wäre schon einmal eine Motivation, das wirklich zu machen. Ich meine, die Provision ist sowieso schon höher, bei Schörte ist mir sehr sympathisch einfach. Und ja, man wird sehen. Ich werde Bescheid geben, wie sich, was der Nino antwortet, ob da jetzt noch mehr sich tut. Oder ob man das Ganze dann doch mit Dropshipping, mit WooCommerce lösen muss. Mir wäre das die einfachste Lösung, einfach den Partnershop zu verwenden für verschiedene Shops, in verschiedenen Nischen, die ich habe. Weil ich mich da einfach am wenigsten kümmern muss. Und das wäre halt super, mal schauen, was da noch kommt. Ich warte noch auf eine Antwort und hoffe, dass sie positiv ausfällt. Ja, das ist ja einfach, es wäre einfach am wenigsten Aufwand, wenn man den Partnershop, den man dort machen kann, einfach besser ausbauen könnte, besser integrieren könnte irgendwo. Das wäre absolut genial. Und dann würden, glaube ich, viele, wenn die das dann publik machen würden, viele, die jetzt einen Spreadshirt-Partnershop haben, würden viele wechseln. Alleine, wenn man von heute auf gleich seine Marge eigentlich verdreifachen kann. Ja, also ich glaube das auch und ich hoffe, es wird so. Und jeder, der zuhört und sich das auch denkt, der sollte auch einmal an Shirti schreiben und fragen, ob sie nicht einfach diese Partnershops wieder sich mehr drum kümmern wollen und das erweitern. Einfach die Möglichkeiten. Ich möchte eh nicht viel. Ich möchte es aber zumindest so herrichten können, dass es mir gefällt, dass es in meine CI passt von dem jeweiligen Shop, dass ich die Farben anpassen kann. Das ist dann eh jedem selbst überlassen. Ich möchte einfach nicht, dass es dieser Standard-Shirti-Shop ist, sondern ich möchte es ein bisschen anpassen können. Ich möchte diverse externe Links rausgeben können, die jetzt drinnen sind in meinem Partnershop. Ich verlinke das dann auf den Designer-Shop auf der Shirti-Seite zum Beispiel, wenn ich ein Affiliate-Produkt drinnen habe. Das sind so Sachen, die, wenn das mein Shop ist, dann sollen da auch nur, wir sollen wirklich auch nur meine Produkte drinnen sein. Und nicht dann irgendwelche externen Links, wo ich dann eben keine Provision mehr kriege, wenn die Leute drüber kaufen. Das sind eben Sachen, die ärgern mich und da möchte ich diese Shops nicht so übersiedeln. Dann tue ich mir die Arbeit nicht an. Und eigentlich wäre ich da wirklich sehr geneigt, das zu machen. Aber ich hoffe mal, es tut sich jetzt mehr. Er hat letztes Jahr schon gemeint, dass sie nach dran arbeiten. Und nach dem Weihnachtsgeschäft denke ich mir, jetzt haben sie wieder Zeit und hoffe ich, dass das dann auch passiert. Und dann werden wir nächstes Jahr den Weihnachtsbonus kassieren. Dieses Jahr. Dieses Jahr, stimmt. Dieses Jahr. Wir haben schon 2019. 2019. Ja, aber da wird ja erst nächstes Jahr ausgezahlt, der Weihnachtsbonus, als es so gesehen war. Achso. Ja, aber nochmal kurz zurückzukommen zum Weihnachtsbonus. Die Leute, die was erwarten, nicht vergessen, ihr müsst eine E-Mail an Shirty schicken mit gewissen Angaben, damit ihr den Bonus quasi bekommt. Eine E-Mail an contest.shirty.com mit dem Betreff Shirty X-Mess-Bonus 2018 und die Designer-ID in den Betreff schreiben. Und dann halt Designer-ID, E-Mail-Adresse, mit der ihr registriert seid, euer Geburtsdatum, Vorname, Nachname, Anschrift und eure erzielten Sales. Die erzielten Sales sieht man ja jetzt leider nicht mehr, aber einfach dann den Zeitraum eingrenzen im Dashboard und das dann reinschreiben. Ich glaube, wenn es jetzt um ein oder zwei nicht passt, die werden das schon nochmal noch kontrollieren. Also Leute, nicht vergessen und holt euch euren Bonus ab. Dann jetzt kommen wir zu den Bewertungen beim Merch. Ich habe mir nämlich vor kurzem mal alle meine Bewertungen, die ich so bei T-Shirts habe, angesehen. Ja, wie hast du die denn? Nein, zu dem kommen wir gleich. Ich möchte nur kurz noch was dazu sagen, weil ich es einfach mal wissen wollte. Erst einmal, ich bekomme komischerweise sehr, sehr wenig Bewertungen. Also wirklich sehr wenig, auch bei T-Shirts, die sich x-fach verkauft haben, keine Bewertung. Und die Bewertungen, die negativ sind, also negativ mit drei Sternen, ein Stern oder was auch immer, die haben nie etwas mit dem Design an sich zu tun. Also da hat noch nie jemand geschrieben, ich dachte, das sieht anders aus oder blablabla oder sonst irgendwas. Sondern die Negativbewertung hat immer etwas mit Amazon zu tun. Meistens sind es Sachen wie, das T-Shirt war zu klein oder es hat nach Essig gestunken oder keine Ahnung, es sind Fäden rausgehangen. Schauen, bei mir ist eigentlich immer der Geruch. Okay. Nein, nein, es sind schon verschiedene, aber es stimmt schon, der Geruch ist es meistens. Es ist komischerweise auch bei den Bewertungen, negativen Bewertungen, die ich bei Shirtie-Produkten bei Amazon habe. Da geht es immer um den Geruch. Es ist einfach, für uns, die in dem Business tätig sind, ist es logisch, dass wenn etwas frisch gedruckt wurde, dass es zwei, drei Tage später oder bis zum ersten Waschen einen gewissen Geruch hat und dass der nach dem ersten Waschen weg ist. Aber für die Leute ist das einfach nicht ersichtlich oder die checken das einfach nicht oder es wird ihnen einfach auch nicht mitgeteilt, dass da einfach ein chemischer Geruch ist. Ich weiß nicht, da sollte man das einfach ein Kärtchen dazulegen oder sonst irgendwas, wo das drinnen steht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, bei Shirtie steht es sogar drinnen. Ich glaube, irgendwann habe ich mal was bekommen. Ich weiß jetzt nicht, welcher Anbieter das war, wo das eben erklärt wurde mit einem Meier, der dabei gelegen ist. Das ist natürlich eine gute Idee, weil die Leute sind gewöhnt, in einem Geschäft einzukaufen und dort hängt das Shirt seit Wochen wahrscheinlich oder zumindest seit Tagen an der Luft und da ist dieser Geruch natürlich längst nicht mehr vorhanden. Wenn das denn so eine Druckart ist. Ich meine, da kommt es natürlich auf die Druckart an, dass das ein digitaler Direktdruck ist, der auf das Shirt drauf gedruckt wird und dann noch mit einer Schicht überzogen wird, damit die möglichst drauf bleibt und nicht sofort wieder runter geht beim ersten Waschen. Also der Druck. Und dann hat das einfach diesen Geruch. Und bei Amazon dürfte das teilweise halt so stark sein, dass es die Leute dann total überrascht, wenn sie ihr Päckchen aufmachen. Ja, ich verstehe es nicht. Die meisten sind es einfach wirklich gewohnt. Die gehen ins Geschäft, weiß nicht, zu H&M oder was weiß ich, oder Walmart oder ich weiß nicht, wie das in den USA heißt. Und die kaufen das T-Shirt und können es rein theoretisch sofort anziehen. Ich meine, ich mache das nicht, ich wasche es so oder so, aber die könnten es theoretisch sofort anziehen. Das kannst du hier nicht machen. Aber der Geruch bleibt einfach wirklich länger, weil ich habe mir vor ein paar Jahren mal was bei Design, bei Humans bestellt, bei diesem Rent-on-Demand-Anbieter und da war das Paket aus irgendwelchen Gründen, glaube ich, 14 Tage unterwegs. Das kommt ja aus Amerika und das hat sogar noch gestunken. Aber jetzt kann ja der Geruch nicht aus, aus dem Päckchen. Das ist ein Problem, ja. Naja, aber wie gesagt, nochmal zurück. Ich finde es halt schade, dass da meine Designs dann, die eigentlich vielleicht gut wären, dass die in den Dreck gezogen werden durch etwas, wofür ich nichts kann und wo ich auch nichts dagegen tun kann. Ja, ja, eh, aber es geht halt ums Produkt. Wir können da auch nichts tun. Also am geseitesten wäre, sich diese Ratings gar nicht anzuschauen, weil wir können sowieso nichts dagegen tun. Ja, aber es ist ja trotzdem eine Fünf-Sterne-Bewertung, dass du ja... Und du weißt ja auch, sobald du eine Bewertung hast, ist es trotzdem ein Garant dafür, dass sich das wahrscheinlich längerfristig verkaufen wird. Wenn es eine gute Bewertung ist, ja. Ja, sicher, wenn es eine Fünf-Sterne-Bewertung ist oder vier Sterne... Aber das Lustige ist eben, ich habe jetzt ein paar von diesen Bewertungen mir angeschaut, von denen ich habe. Und ich habe eigentlich nur eine, die mir nur einen einzelnen Stern gegeben hat, wegen dem Geruch und auch wegen der Druckqualität. Da kann es natürlich dann sein, dass das einmal wirklich falsch gedruckt wurde. Weil sie sagen einfach, dass die Farben total ausgebleicht sind oder so in die Richtung. Okay, der ist der Druck dann... Das ist einfach ein vollflächiger Druck gewesen. Das heißt, das kann nicht an meinem Design liegen, sondern da muss halt einfach der Druck falsch oder fehlerhaft gewesen sein, meiner Meinung nach, ja. Ja, das kann schon mal vorkommen, dass das in die Hosen geht. Das ist halt ärgerlich, ja. Weil das war ein Shirt, das ich da... Das war ja schon letztes Jahr irgendwann. Das hat sich eigentlich dann wirklich recht oft verkauft. War dann eine Zeit lang mein Bestseller. Und dann eine Einsternbewertung. Und ich glaube, es hat sich danach nie wieder verkauft, ja. Die Frage ist jetzt... Was ist so traurig? Sollte man eine Einsternbewertung... Sollte man das Design löschen und neu hochladen? Oder einfach... Ja, wenn du an das Design glaubst, dann wäre es wahrscheinlich das Gescheiteste. Naja, aber die Frage ist, soll ich nur neu hochladen oder das Einstern-T-Shirt löschen? Ja, da haben wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber geredet. Ich bin der Meinung, dass du... Nein, also indirekt haben wir drüber geredet, weil ich der Meinung bin, dass wir nicht das gleiche Design auf das gleiche Produkt... Ah, ja, stimmt. ...hoch noch einmal hochladen sollten. Das ist halt so meine Meinung, aber es stimmt scheinbar nicht. Ja, also derzeit noch nicht. Ja, vielleicht wird sich das einmal ändern. Also theoretisch noch einmal hochladen oder halt zumindest auf andere Shirtfarben draufklatschen. Ja, weil dann hast du dasselbe Design, noch einmal oben ohne Bewertung, ein bisschen Keywords vielleicht ändern und dann hast du ja noch einmal die Chance, dass es sich verkauft, aber... Na, Keywords würde ich nicht ändern, weil wenn es sich vorher verkauft hätte, du kannst den Bullet Points, den Satz an sich ändern, aber die Keywords solltest du trotzdem verwenden. Eigentlich eh, weil sonst hätte es sich ja nicht verkauft, wenn das so schlecht gewesen wäre. Ja. Also ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gelöscht, aber es hat sich seitdem auch nicht mehr verkauft. Ja, jetzt habe ich es halt immer noch da stehen und das bringt mir halt auch recht wenig. Ja, hast du da einmal den Preis runtergesetzt? Ja, ja, ich habe das immer wieder probiert, das zu pushen, aber vermutlich wäre es auch die gescheiteste Sache, das einmal ganz zu löschen. Oder halt einfach nochmal hochzuladen. Das Problem ist ja das, wie viele... Du brauchst da jetzt zwei, drei, fünf Sterne Bewertungen, bis das wieder halbwegs vernünftig aussieht. Ja, das wird es nie geben, wenn es niemand kauft. Naja, das ist... Das ist immer interessant. Ich glaube, irgendwas habe ich die Tage gehört, dass ja das mit den Bewertungen sowieso, glaube ich, von Amazon irgendwie weggemacht wird oder irgendwas wollen sie da verändern, weil eben so viel Schindluder getrieben wird. Aber egal. Jetzt fragt ihr euch sicher... Na, warte mal kurz. Ich würde noch gerne zu deinen Bewertungen genaueres wissen. Weil ich habe jetzt nämlich... Du meinst, du hast negative Bewertungen wegen dem Geruch. Was ist negativ? Ich habe nämlich diese eine schlechte Bewertung und dann habe ich viele Bewertungen mit vier Sternen. Na, vier geht, ich sage mal... Und vier Sterne, die beziehen sich eben auch alle auf den Geruch. Und da sage ich, vier Sterne ist für mich keine schlechte Bewertung. Das ist einfach... Das ist immer noch gut. Das ist immer noch positiv. Mir ist es viel lieber, eine Vier-Stern-Bewertung zu haben, als gar keine Bewertung. Nein, nein, also es ist auch vier und fünf Sterne ist gut, weil wenn du viele... Ein- und zwei-Stern-Bewertungen... Nein, ein- und drei ist es komischerweise, wenn es schlechte sind. Also die sind für mich schlechte. Ein- und drei ist ja auch noch neutral. Ja, aber trotzdem. Das ist einfach eine Bestätigung. Aber würdest du was kaufen bei Amazon, was drei Sterne hat? Ein T-Shirt vielleicht schon. Okay. Also ich würde mir die Drei-Sterne-Bewertung durchlesen. Wenn dann nur steht, ja, es hat ein bisschen gerochen und nach dem ersten Waschen ist es alles in Ordnung, dann würde ich es mir trotzdem bestellen. Also das ist ja auch immer das Lustige bei anderen Produkten, dass eigentlich am interessantesten sind genau die Drei-Stern-Bewertungen, weil es nicht positiv ist, nicht negativ und dort hast du eigentlich das drinnen, was so wie das Produkt wirklich ist. Ja, im Normalfall, das stimmt schon. Du solltest dir die Sachen durchlesen, egal ob es jetzt um T-Shirts geht oder um eine Festplatte oder USB-Stick oder sonst irgendwas. Immer alles durchlesen und für sich selber einen Mittelwert rausfinden, was die Leute schreiben, weil es ist natürlich so, dass die Leute einen anderen Zugang zu dem haben. Wenn sich jemand einen Kopfhörer kauft, dann ist einer ein, so ein, wie sagt man, der audiophiler Typ, ja, der sagt dann, oh, so ein Scheißdreck oder sonst irgendwas und zerreißt das mit einem Sternen und der Nächste, dem ist das eigentlich scheißegal, der ist froh, dass da Musik rauskommt und der sagt, ja, geil, da muss man für sich selbst dann halt ausloten, was ist für mich wichtig, ja, wie bin ich selbst drauf oder so. Aber jetzt bei den T-Shirts, das Problem ist ja das, wenn jemand nach etwas sucht, ja, und du hast dann eine Litanei von T-Shirts, die alle zum selben Thema, ähnliche Designs oder sonst irgendwas sind und dann hast du da T-Shirts mit fünf Sternen oder vier, ja, und dann ist dazwischen einfach diese Drei-Sterne-Bewertung, ja, da ist wahrscheinlich, da wird jetzt nicht jeder sagen, hm, jetzt lese ich mir alle Fünf-Sterne, Vier-Sterne-Bewertungen durch und dann auch noch die Drei-Sterne-Bewertung, da klickt wahrscheinlich verhältnismäßig weniger drauf. Aber bei T-Shirts geht es halt doch ums Aussehen und was soll man da großartig bewerten, ja, deswegen glaube ich, dass eine Drei-Sterne-Bewertung bei einem T-Shirt bei weitem nicht so schlecht ist, wie es jetzt bei einer Festplatte oder so wäre, wo du einfach dann, wo es halt technische Aspekte gibt, ja, aber bei einem T-Shirt, ja, also ich glaube, drei bis fünf Sterne ist durchaus positiv anzusehen und was drunter ist, ist natürlich blöd, ja. Ja. Und ich habe mich jetzt gefreut, dass ich da einfach eigentlich hauptsächlich vier- und fünf-Stern-Bewertungen habe und da würdest du uns jetzt vielleicht erzählen, wie sind wir auf diese Bewertungen gekommen, weil normalerweise muss ich jetzt alle meine Merge-Listings anklicken, um dann zufällig mal zu sehen, ob ich eine Bewertung habe oder nicht. Wie macht man das? Genau, geile Überleitung, die wir jetzt schon beide, glaube ich, dreimal probiert haben. Nein, es ist so, Leute, es gibt da eine Extension, die heißt Merge-Wizard, ich weiß nicht, ob euch die was sagt, die einfach für Leute, die es nicht so mit Excel-Listen haben oder sonst denkt das, wie es für mich der Fall ist, einfach, wie soll ich sagen, einfach eine super Alternative dafür sind, um alles schön aufgelistet zu haben. Diese Extension, da kann man alle seine Listings abspeichern in einer Datenbank oder bei Airtable, in einer Datenbank abspeichern und dann selbst noch Informationen dazuhängen. Aber das Beste ist einfach das, dass man seine Verkaufsstatistiken da synchronisieren kann, man kann eben die Bewertungen synchronisieren und man kann dann in dieser Datenbank das natürlich super filtern und sieht dann schnell mal, ah, okay, ich habe neue Bewertungen bekommen oder überhaupt meine Bewertungen. Dann kann man dort seine PNG-Datei gleich direkt in diesem Listing abspeichern, dass man das auch hat. Das ist ja auch automatisch übrigens, das ist wirklich, das ist ja... Also man muss es schon händisch quasi anklicken. Also jetzt mittlerweile, das war eines der letzten Updates vor Weihnachten oder kurz nach Silvester, jetzt wird das, die PNG-Datei runtergeladen von Merge und wird zu dem Listing dazu gespeichert. Das heißt, du hast dann wirklich deine hochauflösende PNG-Datei beim Listing dabei und brauchst sie nicht mehr selber händisch dazu speichern, sowas früher nämlich. Und das ist halt cool. Ja, und für mich ist halt auch wichtig gewesen, eben weil ich kein Listen-Mensch bin, dass ich irgendwo im Backup meiner ganzen Merge-Listings habe und natürlich auch, weil oft kann es auch sein, dass man es übersieht und dann werden Listings wieder gelöscht und man möchte die aber neu hochladen, vielleicht sogar mit den selben Bullet Points und dann hat man das alles abgespeichert. Ja, dann kann man das einfach da wieder rauskopieren. Und das Coole ist einfach noch, dass man dann in dieser Datenbank seine Listings auch noch Sachen hinzufügen kann, wie Genre, Keywords, die dann fürs Listing selbst, zum Beispiel, wenn man lauter Christmas-Designs hat, ja, dann gibt man halt das Keyword Christmas dazu und dann findet man die Sache einfach schneller. Das ist sicher für Leute, die dann ab 4000, 2000 sind, ist das absolut interessant, ja. Und ich denke mir, also, ich habe das vorher nicht gekannt, aber seitdem, ich mache viel zu wenig damit, das gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich eben nicht der Listen-Mensch bin, aber ich bin froh, dass ich ein Backup meiner ganzen Listings habe. Das ist ja mal... Entschuldige. Sprich weiter. Ich möchte dich nicht mehr unterbrechen. Jetzt hast du mich rausgebracht. Jetzt weiß ich nicht. Du hast ja vorher nicht einmal einen Excel-File gehabt mit deinen ganzen Listings und deinen Beschreibungen. Ich habe das ja eigentlich von Anfang an so gemacht, dass ich einen Excel-File habe beziehungsweise einen Google-Spreadsheet, wo ich jedes einzelne Listing eigentlich reinkopiere beziehungsweise erstelle ich meine Listings im Spreadsheet und kopiere sie dann rüber ins Merch oder wo auch immer hin im Spreadsheet. oder dadurch habe ich dann die Texte, dadurch habe ich den Titel, den Pfeilnamen etc. Und das ist eigentlich irrsinnig wichtig, um halbwegs eine Ordnung zu behalten. Ich meine, jetzt dieses Tool Merch Wizard macht das jetzt eigentlich automatisch. Das holt sich von Merch die gesamten Daten und speichert sie dir in eine schöne Tabelle. Aber man muss dazu sagen, das Tool kostet auch seine 8 bis 10 Dollar im Monat und wenn man das nicht haben will, kann man natürlich dafür auch ein normales Excel-File verwenden. Dann muss man es halt händisch machen, wenn man das von Anfang an macht oder dann ist es auch halb so wild und es ist auf jeden Fall die Arbeit wert, weil allein dieses Re-Listing, wenn das Shirt rausfällt oder das Produkt rausfällt nach 6 Monaten, dann brauche ich ja meine Texte wieder oder soll ich jetzt jedes Mal das Neue schreiben? Wie hast du das früher gemacht, wenn du jetzt keine Excel-File hast, wenn mein T-Shirt removed wird bei Merch, dann komme ich ja auch gar nicht mehr rein und sehe diese Texte ja gar nicht mehr. Hast du das neu geschrieben? Bei mir war es so, ich habe da wirklich früher immer kontrolliert, wann die nächsten Designs removed werden und habe dann so ein, zwei Tage, bevor es gelöscht wird, habe ich es neu hochgeladen. Ach ja, genau, das war der Gag. Deswegen hast du dann auch noch die Texte gehabt und hast sie dir vom alten Shirt eigentlich holen können. Mhm, genau. Weil ich hole es mir halt dann aus dem Excel-File und kann es wieder hochladen, wenn ich das will und das ist natürlich hilfreich. Ja, es ist einfach super, dass man da, da kannst du einfach nach allem filtern. Ja, du kannst dir schauen, hey, ich möchte nach dem PSR-Bestseller-Rank möchte ich alles filtern nach den Bewertungen, nach, was weiß ich. Ja, zum Beispiel nur T-Shirts anzeigen, die sich schon mal verkauft haben. Ja, genau. Oder die sich noch nicht verkauft haben und dann kann man schauen, was ist da los, kann man da was verbessern, etc. Und natürlich auch, wenn man alle Designs auch noch in Nischenzugehörigkeit dazu gibt, dass man ja in dieser Datenbank auch noch machen kann, kann man natürlich das auch noch den Nischen filtern und, und, und. Ja, es ist, im Endeffekt ist es so wie Excel, nur dass du einfach auch noch Datenbankfunktion dabei hast und das ist halt, wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt, ist das wirklich ein mächtiges Tool und, soweit ich weiß, hat man dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel die Designs, die rausgeflogen sind, dann automatisch wieder einfügen zu lassen ins, als neues Listing bei Merge. Nein, ich glaube, nein, 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 nein. Du musst schon auf Create gehen und sagst dann, jetzt hol dir aus der Datenbank dieses Shirt und der fügt dann automatisch deine Texte und so ein. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Das gibt sicher, diese Funktion. Aber ja, ich habe Merge Wizard jetzt erst seit ein paar Tagen installiert. Bin schon begeistert. Ich habe schon viel gehört darüber früher, aber. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich mich einfach jetzt auch nicht damit beschäftige, weil ich ja, ich bin Tier 2000 und ich kratze immer so mit meinen Listings an der Oberkante. Ja, also ich bin immer fast voll. Aber wenn ich jetzt dann wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Monaten abgetiert werde, ja, dann wird das wieder mehr Thema werden. Dann werde ich sicher meine ganzen Removed Listings werde ich wieder hochladen und, und, und und dann muss ich mich sowieso mit Merge Wizard mehr beschäftigen und dann können wir da ja nochmal drüber sprechen. Aber es ist für Leute, die keine Excel-Liste haben, aber trotzdem irgendwie möchten, dass es, wo gespeichert ist und eine gute Übersicht hat, ist das absolut zu empfehlen. Finde ich, also für Leute, die so denken wie ich, die sagen, scheiß Listings, ah, scheiß Listen, scheiß Listen, muss man sagen, ist das absolut zu empfehlen. Ja, und auch für alle, die eine Excel-Liste haben, ja, weil ich habe eine Liste mit jedem einzelnen Design, aber die kann einfach bei weitem nicht so viel wie dieses Tool und deswegen bin ich schon happy drüber und liebe es jetzt schon, obwohl ich bei weitem noch nicht alles herausgefunden habe, was man alles damit machen kann. Es gibt da eine sehr gute Facebook-Gruppe und einen YouTube-Kanal zum Merge Wizard und da gibt es wirklich zu jeder Funktion ein eigenes kurzes Video. Wenn man sich die einmal durchschaut, dann sieht man erst, was man da alles machen kann und sie entwickeln das ständig weiter. Also wirklich ein cooles Tool, wirklich mächtig und durchaus die paar Dollar wert im Monat und das Ganze funktioniert eben mit Airtable. Das muss man schon auch dazu sagen, ja, das Airtable ist unabhängig von Merge Wizard ein anderes Tool, quasi ein Excel auf Steroiden, wenn man das so sagt. Eben Excel mit Datenbankfunktionen und das braucht man eben auch. Dort ist es so, dass du das quasi gratis, es ist gratis bis zu 1200 Listings und wenn du darüber kommst, dann müsstest du dir dann eigentlich eine eine Mitgliedschaft kaufen, die auch wieder 9 Dollar oder 10 Dollar im Monat kostet. Man kann es aber umgehen, indem man einfach eine neue Base aufmacht. Das ist quasi jeder Excel-Sheet, wenn man es so sagen will, bis zu 1200 Listings ist gratis und wenn man aber alle seine Shirts oder alle seine Produkte in einer Base drinnen haben will, also in einem Sheet drinnen haben will, dann muss man sich eben einen Account kaufen, der dann ab 9 Dollar oder 10 Dollar im Monat kostet und wenn man kein Geld ausgeben will, kann man es auch machen, dann muss man es einfach aufteilen, diese verschiedenen Listings. Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich derzeit noch keinen Premium-Account habe bei Airtable, sondern einfach meine US- und DE- und UK-Listings in drei verschiedenen Bases aufgeteilt habe. Dadurch brauche ich jetzt derzeit noch keinen Account, für den ich zahlen muss und bin sehr happy damit. Und also alle mit Tier 1000, das ist vollkommen ausreichend, die Gratis-Version. Ja, das denke ich mir auch auf jeden Fall. Aber wie gesagt, da werden wir uns sicher noch mal mehr damit beschäftigen, wenn wir beim nächsten Tier ab sind und dann noch mal drüber quatschen. Aber wenn jetzt schon jemand Lust hat, sich das mal anzusehen, wir wollten es nur mal gesagt haben. Also wir finden es cool, wir sind auch nicht die Einzigen, die es verwenden, auch in unserem Shirt-Freundeskreis, verwenden das alle. Ich möchte es nicht mehr missen. Nein, also ich auch nicht. Es ist wirklich herrlich. Ja, jetzt haben wir eigentlich alle Themen durch für heute. Natascha her. Ja, haben wir doch wieder eine Dreiviertelstunde zusammengebracht. Man glaubt es kaum. Ja, war doch nett. Ja, würde ich auch sagen. Wie gesagt, wir schauen, dass wir nächste Woche wieder eine Folge raushauen. Das ist sowieso der Plan. Ein bisschen plaudern. Ob es jetzt Dienstag oder Mittwoch ist, ja, das schauen wir uns dann an. Aber, ja. Ja, schreibt uns wieder mal, was wollt ihr hören, wie hat es euch gefallen, wie oft habe ich den Sigi unterbrochen und so weiter. Wir freuen uns über Feedback, positives oder konstruktives. Ja, sicher. Schreibt einfach Kommentare beim YouTube-Video dazu. Es wäre sowieso cool, wenn ihr unsere Kanäle abonniert, auch den YouTube-Kanal, auch wenn das jetzt noch ein Podcast ist, ohne Gesicht. Aber für uns ist es einfach nachvollziehbarer, wenn wir die Abonnentenzahl oder so bei YouTube sehen, inwieweit ist das jetzt gefragt oder nicht. Bei Spotify sieht man es ja nicht. Da ist auch die Statistik ziemlich schlecht oder ich glaube, da habe ich eigentlich noch gar keine Statistik gesehen. Bei iTunes. Wir haben da so eine Gesamtstatistik. Ja, Gesamtstatistik, genau. Pro Podcast-Anbieter sieht man das, glaube ich, auch gar nicht. Ja, genau. Deswegen wäre es halt cool, wenn ihr uns bei YouTube abonnieren würdet und, ja, und da könnt ihr dann auch kommentieren und was dazu schreiben. Oder auf der Facebook-Seite oder wo auch immer ihr uns hört. Wir freuen uns drüber. Wie gesagt, die Shownotes werden wir noch zusammenschreiben mit den diversen Links unter talkondemand.at slash 06 für die sechste Episode. Genau. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann immer ihr euch den Podcast reinzieht. Ciao. Ciao, bis bald.